Sei gegrüßt, ich heiße Vyacheslav Seewald. Mit Sicherheit hast du davon mitbekommen, was am 6. Januar in den USA geschehen ist mit dem Sturm auf das Kapitol. Ich garantiere dir, dieses Ereignis wird die ganze westliche politische Landschaft ein für allemal verändern. Denn das, was wir in Washington gesehen haben, ist nicht mehr und nicht weniger. Das ist das 11. September nur auf der politischen Ebene. Darüber, über dieses Ereignis, auch was es mit sich auch hat. Wer hat das ganze wirklich initiiert? Wer profitiert davon wirklich? Das ist nicht der Trump und nicht der Biden, sondern ganz andere Strukturen. Auch was steht wirklich dahinter? Welches Zeichen den Eingeweihten auch wurde wirklich gegeben, auch mit diesem Sturm auf das Kapitol? Wieso das gleiche auch bei uns in Berlin am 29. August 2020 mit dem Reichstagsturm auch beinahe realisiert wurde? All das und noch vieles mehr werde ich diesen Sonntag am 10. 11. 2020 ab 18 Uhr bei uns in der Seewaldakademie in einer kostenpflichtigen Lektion auch den Teilnehmer weitergeben. Falls du Insiderwissen bekommen wirst, was du nirgendwo in der Vermachtung bekommen wirst, das garantiere ich dir. Dann lade ich dich recht herzlich ein, komm vorbei bei uns, bilde dich bei uns in der Seewaldakademie weiter. Unter dem Video findest du einen Link, um sich anzumelden, um dabei zu sein und wirklich sich wissen zu bekommen, was die globale Elite um die ganze Welt auch allen Eingeweihten geschickt hat. Und ich garantiere dir, das wird dir kein Q-Experte und kann sonstige Experte im deutschsprachigen Raum auch erzählen, weil keiner bisher all das erkennt, was ich auch am Sonntag den Teilnehmern auch erzählen werde. Und das wird sehr interessant und auch dann sehr spannend sein. Und falls du am Webinar jetzt nicht dabei sein kannst, also live, dann erwirb dir trotzdem das Ticket und du bekommst die Aufzeichnung paar Tage später, auch wenn wir die Lektion auch dann gemacht haben. Und dann kannst du dir auch das Ganze als Aufzeichnung anschauen und sogar auch als MP3-Datei auch unterwegs auch anhören. Es gibt Menschen, die auch unsere Lektionen zwei, drei und mehr mal anschauen und jedes Mal erkennen die auch immer mehr, was die bis dahin auch noch nicht erkannt haben. Es wird sehr interessant sein, denn am Beispiel der Stürmung des Kapitoles am 6. Januar wurde der ganzen Welt ein Zeichen gesetzt, dass die Machtübernahme jetzt erfolgreich stattgefunden hat. Und das wird für alle Menschen, für alle, auch bei uns in Deutschland, in Europa, für alle, wird das große Konsequenzen auch mit sich führen. Wie damals die Sprengung des beiden World Trade Center, das Abbrennen von Notre Dame und jetzt der Sturm auf das Kapitol. Und falls du wirklich Insiderwissen bekommen willst, wie gesagt, lade ich dich herzlich ein unter dem Video, melde dich an, bezahl das ganze Erwerb auch das Ticket, du bekommst auch den Zugangslink. Falls nicht, musst du dich auch einfach bei uns melden, kann technisch alles mögliche passieren, aber normal sollte das ganze auch funktionieren und sei dabei auch am Sonntag. Garantiere dir, du wirst viele Aha-Erlebnisse bekommen.